Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo wieder am Start, heute mit einem neuen SPC-Video, es ist Samstag, es ist der zweite Tag zur Radioactive-Promo und wir haben kurz nach 19 Uhr und heute am Start einiges in Bezug auf Crafting und Upgrades am Start, unter anderem die Spiele SPC Skrini am Start, wir haben die Crafting-Upgrade, wo wir ein Dreier-Pack zurückbekommen, das Ganze hundertmal wiederholbar, zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht, natürlich der Adventskalender, der darf nicht fehlen und außerdem eine Radioactive-Challenge-Number-One. Mit dabei sind weitere Crafting-Upgrade-SPCs, Bronze, Silber, als auch Gold-Upgrades, alles gemeinsam, schauen wir uns heute an, gehen rein in die Ziele, gehen rein in den Store, was gibt es als Belohnung, das schauen wir uns an, also let's go! Und bevor wir rein starten, wie immer die kurze Reine an euch, ihr könnt sehr, sehr gerne das Video supporten, unterstützen Freunde, nehmt euch kurz eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben, da lasst, das wäre extrem nice, falls ihr es euch getan habt, holt es nach auch gerne kurz los einmal die Glocke, aktivieren auf den Weg Richtung 6000 Abonnenten, Freunde, ich hoffe das schafft, dieses Jahr noch, eskaliert mal ordentlich, wie ihr es könnt, und auch gerne für den Algorithmus, es hilft extrem weiter, mal einen Kommentar hinterlassen, mit eurer Meinung zum heutigen Content und generell, schreibt es in die Kommentare. Und bevor wir uns alles anschauen, starten wir auf ganz entspannter Basis erstmal mit dem Adventskalender, an dieser Stelle wieder die Erinnerung an euch, geht rein, holt euch diese ASPC, holt euch das zweite Türchen ab, denn wir haben ja in den Zielen einiges als Rewards, was wir zurückbekommen. Heute also wieder, brauchst du das Spiel abgeben, geht ans Handy, geht an die Konsole, macht eben die ASPC, auf jeden Fall nicht vergessen. Adventskalender, Upgrade Number 2, Türchen Nummer 2, 75 Plus Pack, unter anderem mit am Starten. Dann gehen wir direkt auf die ASPC mal ein, Radioactive Challenge Number 1, und Freunde der Sonne, wir haben den 2.12.2023, was zur Hölle ist da los? Gold Pack als Gruppenreward? Hallo? Yay, wo bist du? Wo bist du, ja? Zwei Tage ist die ASPC da, wir sind trotzdem reingegangen. Ja, wir haben einige Borossenspiele am Start, also gibt hauptsächlich Borossenspiele ab, natürlich, wir haben ja hier den 65er Grand Squad, und zwar brauchen wir eins, selten mindestens maximal zwei Spielerinnen aus einem Verein, müssen wir aufpassen, mindestens zwei aus derselben Liga, 14 Teamsspiel, auch easygoing, und unzählte Spieler im Team sind elf. Also macht es auf jeden Fall ready to go, auch wenn es so ein Gold Pack ist, wir wissen es ja aus der Vergangenheit, aus Gold Pack kann auch mal ein Eik mit dabei sein, etc. pp, da gibt es ja schon einige gute Beispiele, was ein Gold Pack so bieten kann, aber generell, Freunde, warum ist es nicht mehr? Also geht jetzt die Frage an EA natürlich raus, EA, warum ist es nicht mehr? Und apropos mehr, Freunde, wir haben es ja vorhin gesehen, die Auslosung Europameisterschaft 2024, lasst mich gerne mal, und das vielleicht als Thema des heutigen Videos, bei den Kommentaren wissen, was eure Meinung generell zu den Gruppen ist, in den YouTube-Kommentaren, und natürlich zur deutschen Gruppe. Mit Schottland, mit der Schweiz, mit Ungarn, unter anderem, lasst mich da noch gerne mal eure Meinung wissen, zu den jeweiligen Gruppen, und wie ich finde, fast wäre es ja eine richtige Todesgruppe geworden, mit Gruppe D, absolut esgerlich. Ich dachte schon, wenn da jetzt auch Italien reinkommt, dann gute Nacht, Marie, also das, oh mein Gott, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Aber zurück zu Content, zurück zu Content, gehen wir rüber zu den Crafting Upgrades, Schrägstich Upgrades, denn neben dieser Crafting Upgrade Geschichte, die unter anderem 100 Mal wiederholbar ist, innerhalb von 19 Tagen, haben wir eben die Premium Bronze Upgrade, die Premium Silber Upgrade, und die tägliche, Achtung, tägliche Gold Upgrade, also die refresht sich alle 24 Stunden, und ist eben 3 Mal pro Tag, eben wiederholbar. 48 Tage ist das Ganze da, und der Rest hier, wie gesagt, auch die anderen beiden, und gehen wir erstmal auf die kurz ein, wir bekommen hier ein Pack, und zwar mit 11 Gold Profis. Diese Upgrades, Schrägstrich Crafting SPCs, beziehen sich natürlich speziell aufs Crafting, also die Frage ist, auch an euch jetzt die Frage gestellt, benötigt ihr sie, ja oder nein? Je nachdem, wie viele Coins ihr auf der Uhr habt, je nachdem, wie ihr das Craften sozusagen macht und nutzt, ja, geht ihr eben rein in diese SPC. Ich werde morgen im Liegen SPC Grind Video auch auf diese Crafting Geschichte nochmal eingehen, da werde ich euch explizit das mal erklären, wie man es mit diesen unter anderem Craften kann, Schrägstrich, ja, was am effizientesten ist sozusagen, und ja, das werde ich auf jeden Fall schon mal kurz vorweg sagen, also morgen Mittag, könnt euch drauf freuen, da werden wir quasi in den Crafting Liegen SPC Grind auf jeden Fall reingehen, wird sehr, sehr geil, wird sehr, sehr spannend, ein Teil davon ist auch schon aufgenommen. Aber Tech Gold Upgrade SPC ist auf jeden Fall da, mit eben, ja, jetzt Achtung, Bronze Spielern, 11 Bronze Spielern tatsächlich, die wir abgeben müssen hier, und auf der anderen Seite eben eine Silber Challenge, wo wir eben Silberspiele abgeben können. So, und da stellt man sich natürlich die Frage, 22 Spiele abgeben für 11 Gold Profis, weiß ich jetzt nicht so, ja, und das sind eben 10 häufig, und einer davon ist selten. Ich werde da morgen im Mittagvideo explizit noch mal was zu sagen, das aber kurz vorweg. Premium Silber Upgrade ist auch da, die ist unendlich wiederholbar da, also nicht so eine tägliche Geschichte wie mit der Gold Geschichte, und da müssen wir Folgendes abgeben, und zwar haben wir auch hier wieder ein Silbersquad, genau Silber, und eben hier 11 Spieler, die abgeben müssen, aber eben für was für ein Pack ist ja die große Frage, und zwar für folgendes Pack, und zwar ein, ähm, ja, quasi ein Silber Team gegen ein Pack mit 5 häufigen Gold Profis, ja, und hier haben wir, äh, ein Pack, was wir zurückbekommen, ein Team, was wir eintauschen gegen ein Pack mit 4 häufigen Silber Profis, unendlich wiederholbar, auch hier gehen wir kurz rein, ja, die SPC sagt schon, genau Bronzespieler, 11, die wir abgeben müssen. Also, speziell für die, die eben, ja, quasi von vorne heraus mit dieser Bronze Upgrade Methode sozusagen, oder, ja, BPM sozusagen, gibt es ja auch einige Videos hier auf dem Channel, starten, kann das hilfreich sein für die. Ich werde da, wie gesagt, morgen dann nochmal explizit was zu sagen, aber das große Ganze ist diese SPC, Radioactive Crafting Upgrade, 100 Mal, wie gesagt, am Start, 20 Tage da, heißt im Schnitt pro Tag 5 zum Abschließen, ihr könnt natürlich am Tag auch mehr machen, beziehungsweise weniger, oder euch ein bisschen Zeit lassen, oder die letzte Woche nutzen und ein bisschen craften, ihr habt auf jeden Fall insgesamt eben 19 Tage Zeit, und dafür müssen wir folgendes abgeben. Es sind insgesamt eben Spielerqualität, genau Gold, ja, und als wir spielen im Team sind 11. Das können wir jetzt in dem Beispiel mal machen, also gehen rein und gehen auch von mir aus nur an Trades und gucken, okay, wen geben wir jetzt ab. Ich in dem Fall, weil ich liegen SPC Grind mache, nutze natürlich die, die eben in den liegen SPC Grind ich eben nicht nutze, und dann gehen wir mal kurz gerade mal durch, Portugal ist dabei, Türkei, die Ukraine, die Belgier beispielsweise, Portugal auch hier, Türkei, englische zweite, wir haben hier wieder Portugal, wir haben hier wieder, okay, haben wir schon 11, also die gebe ich jetzt ab, dafür bekommen wir dann eben pro dieser SPC, was wir abgeben, eben ein Pack zurück, das Punkt 1, und eben für jedes weitere Abschließen bekommen wir gleich, ich zeige euch gleich weitere Belohnungen. Vorweg gehen wir auf Milans Kenia ein, und da ist die große Frage, lohnt sich denn diese SPC? Der PSG-Link ist am Start, Freunde, der PSG-Link, Slowakei-Link ist am Start, mit eben jetzt Radioaktivität und eben mit diesem Chemie-Boost, den wir gestern unter anderem besprochen haben. 1,87 groß, es ist eine klare Kante als IV, die Frage ist, lohnt sich das Ganze? 89-Reaktion, wir haben gutes Tempo, und mit dem Shadow-Encore könnte der ganz gut aussehen. Die Frage, wie teuer ist er? Weiß ich noch nicht, hier sehen wir es nochmal mit den Boosts, jeweils zwei Punkte ja für sich, und dann haben wir die Spielstile einmal Power-Kopfball-Plus, wir haben Grätsche, wir haben Kante, und wir haben Abdringen am Start. Zwei Segmente sind es, wir haben wieder zwei Wochen Zeit, das finde ich ja grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr nice, und wir haben, oh, oh, okay, 85er zum Start, und 86er mit Team Autorik. Klar, Team Autorik darf überhaupt nicht mehr fehlen, aber ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten, so ein bisschen 50-50-Ding, auf der einen Seite, okay, es sind zwei Wochen, das heißt, wenn ich jetzt PSG-Ling bin, wenn, äh, Fan bin, und den PSG-Ling brauche beispielsweise, dann nehme ich mir die zwei Wochen und schließe diese SBC ab, und dafür mache ich andere SBCs nicht, also nutze mein Futter eben dann für ein Screen-Jahr. Die Frage ist, muss ich Skin-Jahr abschließen? Ich denke, es ist schon wieder IV-Position, ja, EA kommt immer so viel IVs um die Ecke, wie wir haben das letzte FIFA-Teil gehabt, jetzt schon wieder ein IV, und ganz ehrlich, das Letzte, was ich brauche, ist tatsächlich ein IV, äh, um es jetzt mal ehrlich zu sagen. Wir gucken uns gleich mal in der Liga die, äh, Alternativen an, aber 85er und 86er könnte Status Quo tatsächlich sehr teuer werden, wo ich fast schon sage, selbst dieser SBC wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn man die in zwei Wochen craftet, ja, quasi parallel mit den Crafting-Upgrades, äh, generell, neben den Ligen-ASBCs, das ist jetzt so mein erstes Gefühl tatsächlich bei der ganzen Geschichte. Lass uns einen Step weitergehen, und zwar zu den Zielen, da haben wir aber sehr, sehr Nices am Start, also FC Pro, dann nochmal die kurze Erinnerung, ich werde es euch hier morgen und auch, äh, quasi am Montag dann erinnern, am 4.12., Freunde, in zwei Tagen ist es soweit, am Montag, 19 Uhr deutsche Zeit, geht es los, und zwar mit Spieltag Nummer 2, ja, mit Spieltag Nummer 2 geht es da los, äh, mit Spieltag Nummer 2, der FC Pro Open, also holt euch da die Belohnung, schaut es euch an über Twitch, ähm, unter anderem die Möglichkeit ist da, wenn ihr es noch nicht connected habt, äh, wie das funktioniert, gibt es hier ein Video auf dem Channel, ich blende es euch mal hier auf dem i ein, beziehungsweise nachher in die Endcard, damit ihr da Bescheid wisst, und ich zeige euch noch da, wie ihr eure Belohnungen abholen könnt, in einem weiteren Video. Ja, alle Informationen hier auf dem i, das vorweg nur als Information. Dann haben wir natürlich den Adventskanal, da haben wir heute zum zweiten abschließenden 80x5er-Pack, das nehmen wir natürlich gerne mit, gleich zum, äh, Pack-Opening sozusagen, zum kleinen, aber fein, gestern hatten wir ein XXL-Pack-Opening am Start, ähm, ja, und, äh, Adventskanal, der ist am Start, hier grundsätzlich nichts Neues, im Live-Tab, in Seasonal haben wir auch nichts, aber in Meilenstein, da ist es dann Radioactive Crafting Upgrade Komplettpaket, und das bezieht sich eben auf die SPC, die wir jetzt bekommen haben, so ein bisschen ähnlich wie bei der Saturns-Promo, da hatten wir es ja auch schon bekommen, ähnlich, und, ähm, da sieht es eben jetzt aus, weil es zwar länger da, das ist jetzt was kürzer, und da geht es eben darum, wenn wir eben 100x diese Crafting Upgrade SPC abschließen, dann können wir uns als Gruppenreward, ihr seht es hier einmal auf der Seite, eben ein 100k-Pack-Untrailer besichern, aber jeweils abschnittmäßig, bei 10 Abschlüssen haben wir 83-Plus-Player-Pick, wir haben bei 20 Abschlüssen ein Prime-Gold-Probic-Pack, bei 30 Abschlüssen der SPC haben wir ein seltenes Gold-Pack, was wir bekommen, dann ein Prime-Gold-Probic-Pack, anstellt bei 40, bei 50, ein 80x10er-Pack, auch sehr nice, 84x2er bei 60 Abschlüssen, seltenes Probic-Pack dann bei 70 Abschlüssen, bei 80 Abschlüssen, ein 83x5er, bei 90, ein 81x11er, und 85x2er bei 100 Abschlüssen. Und neben diesen 100 Abschlüssen bekommt ihr natürlich auch jedes Mal, wenn ihr die SPC eben abschließt, wie wir es jetzt eben bei mir gesehen haben, bekommen wir eben dieses Dreier-Pick sozusagen als SPC-Reward natürlich zurück. Also das müsst ihr natürlich mit inkludieren, dafür aber wiederum auch 11 Spieler eben pro SPC mal abschließen, da stellt sich natürlich allgemein die Frage, lohnt sich das, ja? Es ist nicht für jeden dieses Crafting-Upgrade, ich finde es persönlich sehr, sehr nice, und ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch überhaupt nicht erwartet, ich dachte, es kommt jetzt zur Saturnian-Geschichte, und vielleicht dann nochmal zur Team-of-the-Year-Zeit oder Team-of-the-Season-Zeit, aber jetzt wäre der Radioactive-Promo, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es kommt, jetzt ist es da, man kann es machen, wenn man will, kann man es auch nur 50 Mal abschließen, noch das 80x10er-Pack mitnehmen als Gruppenreward, und sich über die anderen Packs, die man pro SPC eben bekommt, freut, aber wenn ihr das 100k-Pack hier auch noch mitnehmen sollt, oder wollt, dann könnt ihr euch das natürlich gerne holen. Ist also in Anführungsstrichen zu holen, für jeden, für jeden, für alle möglich zu holen, und die Frage ist natürlich, will man reingehen oder nicht? Grundsätzlich ist es möglich, auf jeden Fall das Ganze zu machen, ich habe es eben schon erwähnt, pro Tag im Schnitt müsste man 5 machen, damit ihr dann eben am Ende eben alles voller habt. Fangen wir mal an mit dem Goldpack, bevor wir gleich zu Skrinja und Kulka-G gehen, und da geht es los mit Linksverteidiger, wer wird? Shadow, Encore bitte mit dabei, Finisher, Artist, äh, nee, das hat sich jetzt, mache ich mal, nicht gelohnt, hoffentlich in der nächsten Challenge Nummer 2, ein bisschen besserer Reward mit dabei. 75-Plus-Pack ist natürlich auch wieder mit dabei. Holland, wir haben RM, und das ist die, nee, Kleubert, Kleubert. Ich dachte, das wäre wieder die Frau, hatten wir, glaube ich, gestern oder vorgestern, ich weiß schon gar nicht mehr, und dann haben wir jetzt hier das 80x5 war. Fangen wir damit mal an. Wird es wieder, wie gestern, ganz, ganz viel haben wir ja gestern gezogen, von den Radioactive-Spielern. Es wäre nicht schlecht, wir hätten alle nichts dagegen. Es kann gerne so oder so ähnlich weitergehen. Und dann haben wir hier Part-Tradable, ein Part-Tradable, kommt die zwei, kümmer kurz und schnell, Discarden, und dann, bevor wir reingehen in den Store, Dreier, Gold-Profi-Pack, Deutschland, ZM, ja, komm, 84er, 84er Delgots, 84er Delgots, und eine zum Mindest, Tradeable, im Store selber. Gucken wir da kurz rein, was haben wir im Shop, irgendwo wunderbare, in Anführungsstrichen, Packs, 125er, Promo-Packs, ach, das finde ich übrigens nice, das habe ich ja schon lange, lange gefordert, dass wirklich jetzt an Day One, ja, dieses Pack-Design, auch einfach ingame am Start ist, das haben sie so oft, nicht hinbekommen, letztes Jahr, und das sind für mich so Kleinigkeiten, Nuancen, wo ich mir denke, komm, krieg das doch zumindest hin, ja, krieg das doch zumindest hin, wenn ihr schon ein Gameplay, das Gameplay nicht hinbekommt, dann doch bitte so. Dann, nach langer Zeit, machen wir nochmal gemeinsam das Preview-Pack auf, und da haben wir tatsächlich ein Team of the Week, oder was? Hi, Freunde, das, ach, es ist kein Team of the Week, Ah, voll, komplett, komplett hops genommen, komplett hops genommen, Digga, was ist, oh, da ist ja wohl einiges trotzdem wert, und mit Tag könnte, wenn wir jetzt mal pro Tausender rechnen, jetzt mit den Gold Upgrades, mit der Crafting SBC, 1000, 2000, 3000, der über, ja, vielleicht beide zusammen 4000, also ich sag mal so, ich könnte dran kratzen, an den 7.5 tatsächlich, jetzt hatte ich die Hoffnung, dass es ein Team of the Week wird, und dann habe ich überhaupt gerade in der Moment gar nicht dran gedacht, oh, ist das böse, wir machen da gleich weiter, Freunde, als nächstes gehen wir gemeinsam, und zwar hier rüber, zu Footbin, und schauen uns mal alles an, also natürlich, nachher ist Klinja, ist klar, und dann gucken wir uns in der SBC, im Überblick mal durch, also, Radioactive Challenge, schon mal geworden, ihr könnt es auch liegen lassen, Freunde, es ist nur Gold Pack, wie gesagt, aber ich habe aus dem Gold Pack auch schon Icons gezogen, und Kunker G, also, wenn ihr genug Bronzespiele habt, und andere Top, oder Low Rated Karten, Karten, die ihr abgeben wollt, dann geht einfach rein in die SBC, aber ich glaube, das ist immer alle einer Meinung, dass das Gold Pack, ein absolut bodenloser Reward ist, denn die Gold Upgrade, wie gesagt, das würde ich zusammen mit in eine Schale nehmen, mit dieser Premium Bronze Upgrade, als auch der Premium Silver Upgrade, ihr hättet sich da was bei gedacht, halt eben fürs Craften, fürs Grinden, für Road to Glory Spieler, für Craften, wenn man eben von der Bronze Pack Methode, zum einen, eben wirklich von Bottom, von ganz unten eben, mit den Bronze Spielern starten will, wenn man genug Zeit mitbringt, kann man das eben machen, ich werde euch da morgen im Mittag Video mehr zu sagen, ja, dann haben wir Radioactive Crafting Upgrade am Start, es ist hier so ein bisschen, fast 60, 40, fast 50, 50, ich würde sagen, also ich kann euch ja aus, aus Erfahrung zeigen, aus der Crafting Geschichte, die Dreier Packs, ja, die haben sehr gut gegönnt, also, die waren teilweise besser, als solche Doppel Packs, etc., Doppel Upgrades, und so weiter und so fort, ich würde definitiv mal ein paar machen, wir haben jetzt eins gemacht, wir werden natürlich noch mehrere machen, auch im Laufe der Zeit, aber es ist da, 20 Tage, lasst mir gerne einfach mal eure Meinung dazu wissen, geht ihr da rein in die kraftige Geschichte, oder eben nicht, und dann sehe ich hier schon den Preis von Skrinja, und da muss ich direkt erstmal einen fetten Daumen nach unten geben, 170.000 Münzen, für ein Milan Skrinja, heilige Mutter Teresa, bitte was sehen meine Augen, das geht eigentlich gar nicht fit, und da würde ich direkt mit euch mal in die League Or gehen, wenn denn ihr Football lädt, perfekt, und auf die jeweilige Position, damit wir da mal in den Vergleich kommen, wir haben als Alternative, Alternative, wenn wir jetzt mal nur in die League Or gehen, und das sind schon einige, Marquinhos beispielsweise, Marquinhos, sowohl die eine normale Version, ist auch schon big gewesen, je nachdem, da kann man nichts gegen sagen, Dante ist zum Beispiel als Option da, 15k, klar, ist nicht so pacey unterwegs, for free, in Anführungsstrichen, haben wir Daniel Perera bekommen, den habe ich immer noch nicht als EV getestet, in irgendeinem Squad, er ist aber einfach richtig, richtig, richtig gut, und das können wir eigentlich gleich mal machen, weil er hat auch den PSG-Link, werden wir gleich mal in den Vergleich mit reinnehmen, PSG-Link, da sind wir auch schnell bei einem Kim Pemple, den wir ja auch relativ frisch sozusagen am Start haben, klar, einer von den teuren natürlich, und TT hat sich frisch geupgradet, jetzt auf der 86 eben hoch, eine Option, der definitiv in der League Or auch eine große Option ist, 64.000 Münzen, Thiago Giallo, und das ist für mich jetzt beispielsweise, ja, er hat den PSG-Link, aber das hier ist für mich quasi ein Preis, wo ich gesagt hätte, okay, da gehe ich all in, das lohnt sich, Giallo, sehen wir hier, der hat einen Portugal-Link, teilweise sogar einen besseren Link, klar, und das wäre jetzt ein Preis gewesen, so hätte ich jetzt Grinja, sag ich mal, direkt gemacht, ohne zu zögern, ja, 60, 70, 75k, lass doch 75, Richtung 80k gehen, aber 170, geht sogar ja fast schon in Richtung, 180 ist heftig, dann haben wir Medina am Start, gucken wir uns auch mal an, wie gesagt, Giallo und Titi definitiv auch, und Tudibo auch, warum zeige ich euch gleich, und warum Kofris, unter anderem auch ein guter Kandidat ist, dazu gleich mehr, aber, da wollen wir doch jetzt mal direkt bleiben, bei diesem Vergleich, also erstmal Kofris, der kostet, der Team of the Week, den können wir eigentlich auf dem, mit dem Marauder-Geschichte, äh, mit der Evolution-Geschichte, auf das 86er-Gerate-Karte machen, Freunde der Sonne, also, das ist mal eine Karte, die lässt sich wirklich sehen, mit 93, Defter und 92 Füßes, deshalb schaut auch, ganz, ganz wichtig, bei euch mal in den Verein rein, und schaut, welche Option habe ich in der Ligue 1, welche Option habe ich in der Innenverteidigung, und brauche ich überhaupt, diesen Screen ja jetzt, Tulli Bohnen, weitere Kandidat, den wir in die Evolution-Geschichte, den Inform, packen können, und der sieht als 85er, auch nicht so schlecht aus, ne, wenn wir ehrlich sind, der sieht auch nicht so schlecht aus, 1,90 groß, und dann haben wir, wie gesagt, Übtiti, als frisch geupgradeten, und ja, ihr seht richtig, ja, er ist 14k wert, äh, mit 85 Reactions, gut, der Reaction-Stand, ein bisschen was anderes, aber, auch nicht groß, viel weg, von einem Screen, ja, 2 Sterne, 3 Sterne, ja, und mit dem Shadow, 94 Dev, 90 Pace, so, mit dem Encore, auch ordentlich dabei, und insofern, 92er IV, definitiv eine Option, Thiago Giallo, auch nur Option wert, definitiv, mit natürlich einem Encore, oder auch hier, sehr, sehr gelb, im Shadow, wobei ich bei ihm tatsächlich, einen Encore, äh, bevorzugen würde, äh, hat Top-Tempo-Aufteilung, auch 1,90 groß, richtig, richtig großer Fisch, und, gut, wir haben jetzt hier, 83, 80er Reactions, am Start, Medina, mit 84 Reactions, auch in der IV eine Option, weil eben, er kann sich hier, zum 86er Upgrade, hat dann eben, 87er Reactions, auch hier, Encore, Shadow, guck mal, 93 Dev, 91 Physis, sieht richtig gut aus, 92er Innenverteidiger, auch er, so, haben wir geguckt, und dann sind wir bei Kim Pembe, das ist jetzt die teure Version, wie gesagt, er hat auch den PSG Link, auch vielleicht deshalb, das ist eigentlich die einzige logische Erklärung, warum die SPC so teuer gemacht worden ist, es ist halt der PSG Link, viele haben natürlich jetzt Mbappé gemacht, ja, und ich denke, damit spielt natürlich hier jetzt, Mbappé als POTM haben viele jetzt gemacht, und da denken sich vielleicht der eine oder andere jetzt, oh, das ist doch PSG Link, die könnte ich mit meinem Mbappé eigentlich ganz gut gebrauchen, außer dem Radioactive Spieler, hm, könnte man auf jeden Fall mal mit reinnehmen, aber 180k, Freunde, lasst es mir von mir gesagt, das ist wirklich teuer, ja, und es wird nicht der letzte Innenverteidiger sein, und dann haben wir eben hier diesen PSG Link mit Pereira, und ich habe es euch damals schon gezeigt, ähm, wie gut er ist, als Innenverteidiger, 1,88 groß, mit dem Anchor, würde ich jetzt persönlich nicht gehen, ich würde definitiv das Tempo boosten, 83 Pace dann am Start, 92 Def, 90er Innenverteidiger, den wir quasi for free, in den Objectives bekommen haben, Danilo Pereira, ein richtig, richtig guter Spieler, musst du am Ende des Tages so sagen, und der hatte den PSG Link, und dann sind wir eben, schon ganz lange, dann bei einem Skriniar, nach Marquinhos, den lassen wir jetzt mal außen vor, aber er natürlich auch eine große Option, ja, also 88er Reaction State bei ihm am Start, ähm, und da auch natürlich Shadow oder Anchor, ähm, ich würde jetzt hier auch den Shadow bevorzugen, das ist einfach ein 92er Innenverteidiger, ingame gesehen, und dann haben wir Skriniar, der, das ist jetzt die Frage, mit dem Anchor, 91er Innenverteidiger, mit dem Shadow auch 91er Innenverteidiger ist, 89er Reactions, er sieht halt, Copy-Paste, 1,780, so ein bisschen wie Marquinhos aus, gut, der ist ja 1,83, nur Marquinhos, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja, der PSG Link ist auch bei anderen, äh, Varianten gegeben, mit Marquinhos, mit Pereira, da ist es dann halt, die Frage, auch an euch, und an euren Verein, braucht ihr den PSG Link, braucht ihr Skriniar, seid ihr Skriniar Fan, und dann würde ich am Ende des Tages eben sagen, für wen ist diese SBC gedacht, ja, wenn ihr den PSG Link braucht, vielleicht, vielleicht, wenn ihr die andere Option, wie gesagt, blöd findet, ähm, und dann wird es schon schwierig, dann würde ich eher sagen, tendenziell, ja, wenn ihr es eben nicht braucht, diesen PSG Link, und generell, geht auf andere EVs, ob es in der Premier League ist, mit Wershaw Van Dijk, ähm, einfach normal, beispielsweise jetzt, ja, also, das ist schwierig, ähm, für den Preis irgendwie, es, ich, ich kann es nicht schön reden, tut mir leid, ich kann, ich kann das nicht schön reden, der Preis ist, das ist zu teuer, ja, also, nutzt dann lieber das SBC-Futter, für Spieler, die noch kommen, Aubameyang ist gestern gekommen, heute ist es ein Screen-Jahr, äh, lasst es, lasst es dann lieber, euer Futter, für andere SBCs nutzen, also, das ist so, mein Tipp an euch, äh, an dieser Stelle jetzt, und, ähm, ja, lasst mich einfach mal, euer Mario wissen, zu Screen-Jahr, zu dem Preis, 170, 175.000 Münzen, ne, das ist mir, leider, 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 ein bisschen zu teuer, wir können ja mal gerade in den Vergleich gehen, zum Beispiel zu einem, äh, Marquinhos, den wir dann, nehmen können, Marquinhos, von mir aus, ich weiß nicht, wollen wir, ist das ein bisschen gemein, oder wollen wir den 87er-Graden tatsächlich dann nehmen, ähm, es ist okay, das ist, oh mein Gott, guck mal, In-Game-Stat-mäßig hat er jetzt schon mehr, der, der Normal 87er-Mark, das ist eigentlich eine Frechheit, warte mal, wir gehen mal gerade hier auf die, guck mal, die kostet 16.000 Münzen, es ist gerade schon ein bisschen gemeint, was ich mache, aber ihr wisst, jetzt zumindest mal prinzipmäßig, ja, also, das ist ein 91er-Endverteidiger, wie Screen-Jahr, mit dem Shadow, der Normal Marquinhos, der normale Marquinhos, der eben auf dem Markt 16k kostet, und da wisst ihr jetzt, worauf ich hinaus will, ähm, das passt vorne und hinten nicht, der Preis der SBC und die Karte, die wir bekommen, die muss wesentlich günstiger sein, die SBC, aber das ist eine SBC, die leider, 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 leider einfach überteuert ist, es tut mir leid, es tut mir leid, euch das zu sagen, aber es ist halt einfach zu teuer, ja, ähm, Preis-Leistung stimmt bei dieser SBC vorne und hinten nicht, ich hätte es mir anders gewünscht, ähm, bei der Spieler SBC stimmt aber definitiv einiges nicht, insofern der Main-Content, wenn wir denn so wählen wollen für heute, definitiv ist dieses Crafting-Ding, was jetzt am Start ist, wie gesagt, ihr müsst nicht alle jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden machen, sondern auch ganz entspannt in den nächsten 20 Tagen, lasst mich gerne auch immer noch wissen zum heutigen SBC-Content, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen durchführen, was da ist, was, äh, was wir neu haben, lasst mich gerne auch immer noch wissen zur EM-Auslosung natürlich, und hier könnt ihr jetzt gerne zwei weitere Videos vor allem abchecken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, viel Spaß dabei, und dann sehen wir uns gerne morgen auch wieder zum Mittag-Video oder zum Abend-Video, schaltet ein, und hier jetzt gerne auch das Video von heute Mittag mit den Evolutions zur Radioactive Probe, viel Spaß dabei, euer Flo von Archie Gaming, ciao Leute!